Ein herzliches Willkommen hier zu der Auslosung von meinem Gewinnspiel, das ich letztens laufen hatte. Die letzten zwei bis drei Tage kamen jetzt nicht so wirklich was auf meinem Kanal. Das sagt daran, dass ich an was Neuem gearbeitet habe, was Neues geplant habe und auch natürlich mit der Schule ein bisschen beschäftigt war. Aber dieses Video hier ist der Anfang. Morgen gibt es dann die Koop-Karriere zusammen mit Jan. Die hat bei Jan ja schon angefangen, morgen die zweite Folge bei mir. Und dann geht es ganz normal weiter mit Videos, Trainer-Karriere, Torwart-Karriere, was es nicht alles gibt. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hatte auf meinem Kanal letztens ein Gewinnspiel gestartet. Das Ganze möchte ich heute auflosen und einen glücklichen Gewinn erziehen. Ich bedanke mich schon mal vorerst bei jedem von euch, der daran teilgenommen hat. Mega, mega cool, freut mich auf jeden Fall. Finde ich wirklich richtig nice, wenn ihr mich so unterstützt. Leider haben wir es zum aktuellen Stand aber noch nicht geschafft, dass Paluten auf mein Video vom Fernmusimulator gekommen ist. Darauf reagiert hat, es sich angesehen hat. Haben wir leider noch nicht geschafft. Falls ihr jetzt sagt, ihr wollt mich trotzdem nochmal unterstützen, auch wenn es jetzt aktuell nichts mehr zu gewinnen gibt. Dann könnt ihr ja trotzdem einfach super, super gerne unter irgendeinem Video von Paluten, das ist mir absolut egal, mal wieder einen Kommentar schreiben. Jo, guckt doch mal bei dem Fernmus-Video von Mike Let's Play vorbei. Ist alles freiwillig, aber das ist natürlich eine super Aktion, damit ihr mich mega unterstützt, weil es ist kostenlos für euch. Heißt, ihr müsst nicht spenden, ihr müsst nicht was weiß ich was machen, sondern ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben und das hilft mir enorm weiter. So, falls ihr Bock drauf habt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Vielleicht schaffen wir es ja dann doch noch Paluten, irgendwann in einem späteren Zeitraum auf meinen Kanal zu bringen. So, wir widmen uns jetzt der Auslosung. Erstmal natürlich ein Dankeschön an TML Studios, die das Ganze ermöglicht haben und vielleicht auch in Zukunft irgendwann mal wieder was ermöglichen werden. Wir haben ja da jetzt neue DLCs, Frankreich DLC, Intercity, neuer Bus. Bald kommt vielleicht auch The Bus schon raus, 2020 irgendwann mal gucken, ob es da wieder ein paar neue News in nächster Zeit gibt. Schauen wir uns alles an, aber vielleicht kann man da nochmal irgendwann was machen. Und das ist natürlich der Angeiz für euch dann, auch wenn ihr jetzt heute nicht gewonnen habt, mal wieder an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Aber mich freut es natürlich auch, dass dieser Gewinner jetzt in diesem heutigen Video Fernbus-Simulator für Steam, für den PC, plus die ganzen Add-ons, jeden Bus, alles was es gibt. An Add-ons heißt die Platin-Edition, um es genau zu sagen. Natürlich auch den neuen Bus, also den MAN Intercity, den ich auch letztens im Video getestet habe, rechts oben beim i verlinkt. Und das neue DLC Frankreich. Sofern das dann draußen ist, kriegt der Gewinner das mit oben drauf. Derjenige, der dann gewonnen hat, meldet sich bitte bei mir schnellstmöglich über am besten Instagram. Instagram, also irgendwas Privates. Falls derjenige, der jetzt gewinnt, kein Instagram haben sollte, dann wäre es cool, wenn er sich, der Gewinner, dann eben per Discord, per Facebook oder irgendwas Twitter oder keiner, irgendwas Privates, dann bei mir meldet, direkt ein Message an mich sendet. Aber Instagram wäre natürlich das Perfekteste. Eine Sache möchte ich aber noch vorher sagen, bevor wir jetzt den Gewinner dann tatsächlich auslosen. Wenn derjenige, der gewonnen hat, nur daran teilgenommen hat an dem Gewinnspiel, um mich zu unterstützen, damit Palut neben vielleicht auf das Video kommt und nur sagt, er hat den Firmus Simulator vielleicht schon, er hat die ganzen DLC schon oder er hat vielleicht nicht mal einen PC. Es gibt ja auch Leute, die nur Playstation oder Xbox zocken. Wenn derjenige keinen PC hat oder einen PC, worauf es nicht gut läuft und sagt, ich spiele es sowieso nicht, dann wäre es natürlich nur fair zu sagen, hey, weißt du was, war echt cool die Aktion, mega cool, dass ich gewonnen habe, aber kannst du gerne nochmal auslosen, ich kann damit sowieso nichts anfangen. Aber wir hoffen natürlich, dass wir jemanden Glücklichen ziehen, der damit auch wirklich was anfangen kann. Ich würde sagen, wir starten jetzt und ziehen den glücklichen Gewinner. Ich habe das Ganze über eine Website gemacht und habe dort eben nach dem Wort Mike gefiltert, weil ich habe euch ja aufgefordert, dass ihr reinschreibt, schaut bei dem Video von Mike Let's Play vorbei, deswegen habe ich einfach mal nach Mike gefiltert und da picken wir uns jetzt einen Gewinner raus. Ganz professionell drücken wir auf den Startbutton und gucken mal durch, wer es wird. Eine Random Pick, es ist der Winner Ninja Bro. Herzlichen Glückwunsch an dich, ich freue mich, dass du gewonnen hast, mega nice. Er schreibt dazu, hi Paluten, der Kanal Mike Let's Play hat dein Reisebüro in Klammer Paluten gerettet. Bitte schau dir das Video dazu mal an, liebe Grüße, Paul. Und damit grüße auch ich dich, Paul. Mega, mega cool, du hast gewonnen. Cool, dass du dann teilgenommen hast. Schreib mir, wie gesagt, bei Instagram, Facebook, Discord, was auch immer, am besten natürlich Instagram. Und dann klickst du den Steam Key so früh wie möglich zugeschickt und kannst direkt mit dem Fernbo Simulator starten. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wie gesagt, mega Dankeschön an alle anderen. Trotzdem natürlich auch, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt, wie gesagt, könnt ihr gerne bei Paluten mal reinschauen. Oder ihr lasst eine Bewertung da, schreibt einen anderen coolen Kommentar bei mir rein. Ihr wisst, ich beantworte immer alles und natürlich bei den anderen Videos vorbeischauen. Danke fürs Zusehen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Zusehen, haut rein, bis dahin und ciao.